Kombi keine Null. Aber das ist schon merkwürdig, warum wird das als optimale Lösung angegeben und anders hat es auch funktioniert. Ja. Ich denke mal halt einfach nur, dass hier die Mitte bestimmt war. Weil der Robo-Postmann da hatte immer gesagt, dass aus dem hier eine rausfliegt. Und diese dicke Fetttaube, die ja normalerweise hier drin ist, die konnte das Paket ja tragen. Und die mittlere, die konnte das auch tragen. Das heißt, er konnte ja nur noch die kleine dann da hinkommen, damit er da über den Knickerfolie da drüber fährt. Ja. Und dann habe ich gedacht, okay, dann 2, 1, 3, das ist es dann, ne? Aber das irritiert mich jetzt gerade wirklich. Dann muss damit noch irgendwas gemacht werden, wenn das die optimale Lösung ist. Wenn man jetzt sich die Schablone so da drüber vorstellt, dann wäre das ja oben das leere Feld in der Mitte, links das volle, rechts das leere und unten das leere. Das hier, ne? Mhm. Das ist aber schon merkwürdig. Das ist aber schon merkwürdig. Und da sind ja auch 6 Kugeln abgebildet. Das heißt, ein 4-stelliger Code wäre nur dann möglich, wenn man sich jetzt die leeren Felder angucken würde. Ja. Und da ist aber leider die hier. Wenn der Grüne jetzt hier wäre, dann könnte man sicher das dann daraus reimen, ne? Aber bei einer Null. Aber der muss vierstellig sein, der Code. Ja, sonst hätte man ja sagen können, einmal die Zahl, dreimal die Zahl, zweimal die Zahl, dreimal die Zahl. Ja. Aber... Keine Ahnung. Deswegen, das weiß ich jetzt auch nicht. Ne, ne, gut. Ich lass sie mal so stehen. Vielleicht bringt mir das ja was. Rufus ist ein Nichts-Nutz. Rufus hat die Schrauben vom Kinderkarussell geklaut. Rufus hat die Antenne von Frau Henkels-Rasser. Klick, klick, klick. Die Katze ist geil. Ja. Rufus hat die Antenne von Frau Henkels-Rasser. Jetzt aber noch einmal. 1, 1, 5, 2, 4, 1. 3, 4, 0. Ne, 5, 5, 5, 7, 5, 5, 7, 5. Wir haben schon kratts. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 2, 3. Also die Postfächer haben damit gar nix zu zählen. Halt mal so drauf! Die erste Ziffer, also die 3. Die dritte Ziffer, die 6, die 4 und die 9. Also 3, 6, 4, 9. Gib das mal ein. 3, 6, 4, 9? 3, 6, 4, 9. Haha, Rufus in der Haus. Und dann ist er im Safe. Unglaublich sowas. Jetzt ist er schon im Flur. Hier stößt er sich den Fuß. Aua, aua, au! Yeah! Naja, das hat auf jeden Fall schon mal gut funktioniert. Ja. Dann geh mal rein und setz das Mikrofon da oben rein, oder? Auf jeden Fall. Fehlt nur noch der Hörer. Gucken wir mal, wo wir den Hörer rausbekommen. Vielleicht können wir da oben ja die Katze reinsetzen. Nein, sie würde ihn nur in Stücke reißen. Und ihn anschließend exakt frankiert nach Porta Fisco schicken. Ähm, und hier? Da fehlt ein Adapter. Kleine Klinke auf... Große. Ja. Kann man jetzt so mitnehmen. Ja. Fehlt nur noch der Hörer. Wippvogel. Wippvogel. Mach mal den Wippvogel an die nächste bitte Rezeption. Ach, ja. Ja, der hat immer mal Tock, 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 Tock dann machen, ne? Kann ich mir zumindest nicht vorstellen. Es ist nur ein Knopf und so ein Wippvogel hat halt nur einen Schnabel. Ja. Ja. Das wäre jetzt meine Idee. Versuch mal das mal. Nächster bitte! 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 Das ist eine Goodune. Nächster bitte! Nächster bitte! Ich weiß nicht, dass du jetzt. Nächster bitte! Nächster bitte! Nächster bitte! Nächster bitte! Hörte deinen Kopf drüber weggenommen. Hilfe! 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 Raubut ist ein Nichtschnitzender! Da bin ich noch mal ansprechen. Hilfe! Hilfe! Er ist völlig fertig mit den Nerven. Jetzt geht auch nicht mehr. Geil, da. Hilfe, bitte. Hilfe, bitte. Flick, 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 flick. Das ist gut. Das ist echt geil. Na? Frage ist nur, was machst du jetzt noch mit der Katze? Ja. Na ja, mach mal. Nee, in dem, in dem, in dem Zugredo. Jetzt kann's losgehen. Ähm. Hallo? Ist da jemand? Hallo! Clites! Wird im Nordquadranten vor Müllaginen gewarnt, die durch eine Herde marodierender... Clites! Komm schon! Deine Liebe ist die größte! Aaaaaa! Clites! Clites! Dumm du dumm! Rufus ist der größte! Rufus! Dada da, man nennt ihn Rufus, Rufus. Dada da, man nennt ihn Rufus, Rufus. Dada da, man nennt ihn Rufus, Rufus. Sie ist möglicherweise... Cletus? Cletus, sind Sie das? Hier ist Rufus. Hören Sie mich? Hallo? Rufus? Sind Sie auf der Ponia? Ich habe Ihre Verlobte gefunden. Klar bin ich auf der Ponia. Bevor wir über Ihre Verlobte sprechen, hätte ich gerne noch ein paar Antworten. Klar bin ich auf der Ponia. Wo sind Sie denn? Auf dem Organonkreuzer? Oder Elysium? Das hat Sie nichts anzugehen. Ich habe Ihre Verlobte gefunden. Sind Sie sicher? Natürlich bin ich sicher. Groß? Lange Haare? Hirnimplantat, viel von einem vorbeifahrenden Organonkreuzer. Fragte nach Ihnen. Glauben Sie mir ruhig, es ist Ihre Verlobte. Was verlangen Sie? Hm. Tja, was nehme ich denn jetzt da? Also ich persönlich würde, ich will mit nach Elysium nehmen, weil der will ja da abhauen, ne? Ja. Wäre zwar ein bisschen einfach, aber... Ja, schauen wir mal. Ich will mit nach Elysium. Unmöglich. Das ist aber meine Bedingung. Entweder ich komme mit nach Elysium, oder? Hören Sie, ich kann Sie nicht nach Elysium mitnehmen. Es muss etwas anderes geben. Hm. Dann mach mal ein paar Antworten, vielleicht. Erst einmal ein paar Antworten. Erst einmal ein paar Antworten. Antworten? Mal sehen. Ähm. Tja, was nehmen wir denn da? Ähm. Das? Was hatte Ihre Verlobte an Bord des Organonkreuzers verloren? Das geht Sie nichts an. Aber es ist doch seltsam, dass eine Frau aus Elysium... Denken Sie nicht so viel über Dinge nach, die Ihren Horizont überschreiten. Kommen Sie lieber zur Sache. Hm. Hm. Ich glaube, der will keine Antworten geben, ne? Ja. Das heißt, egal was Sie fragen, da kommt immer, ne, keine Antwort, bla. Ja. Total witzlos eigentlich. Ich brauchst einfach keine weiteren Fragen. Ich würde jetzt einfach mal kackendreist sagen... Keine weiteren Fragen. Sehr gut. Können wir dann jetzt endlich zurück zum Thema kommen? Natürlich. Wo waren wir denn gerade? Sie wollten mir Ihre Bedingungen nennen. Was wollen Sie im Austausch gegen meine Verlobte? Ich würde jetzt kackendreist sagen, eine Passage nach Elysium oder gar nichts. Ja. Eine Passage nach Elysium oder gar nichts. Dann eben gar nichts. Gut. Dann können Sie ja schon mal die Hochzeit absagen. Warten Sie noch. Vielleicht gibt es doch eine Möglichkeit. Wusste ich's doch. Bringen Sie Goal bis morgen Abend zur unteren Aufstiegsstation am Ufer des rostroten Meeres. Wir treffen uns ganz oben auf der Plattform. Schaffen Sie das? Morgen Abend? Ich weiß nicht genau, ob... Jetzt machen Sie mal keinen Rückzieher. Oder haben Sie Goal am Ende gar nicht gefunden? Doch, doch. Dann haben wir einen Deal. Ich erwarte Sie nach Sonnenuntergang. Kletes Ende. Moment noch, ich... Kletes? Okay. Obere Aufstiegsstation. Unten auf der... Oben auf der... Untere Aufstiegsstation. Oben auf der Plattform. Ein Platz für ihn an die Nüche. Elysium, ich komme. Ja. Oben, unter der... Ja, dann haben wir das ja schon mal. Dann können wir, glaube ich, Goal Bescheid geben, ne? Dass wir ihren Verlobten angetroffen haben. Pass auf, jetzt war das nicht der Verlobte, sondern der Führer. Ja. Wieso gar nicht mehr Nächster, bitte? Dein Vogel kaputt. Ach, der Vogel ist auch nicht mehr, der... Aha. Komische Sache. Ja. So. Wurde vielleicht alles zurückgesetzt, damit man nicht immer dieses nervige... Rufusat, bitte. Was? Ach, guck mal. Laken? Was ist denn jetzt los? Aber wo ist Goal? Was zum... Hey, was soll das? Gizmo! Sieh an, sieh an! Hab ich dich endlich! Was soll das heißen? Ich bin's doch! Rufus! Ich weiß und glaube mir, es war nicht leicht, diesen Fall aufzuklären. Den Fall Ihres IQ-Pegels? Ich spreche von der Verbrechensserie heute Morgen. Seit dem Auftauchen dieser Frau herrscht das reinste Chaos im Dorf. Brandstiftung, Sabotage, Beamtenbeleidigung. Sie können mir nichts nachweisen, Sie Trottel. Schiebstahl! Ich bin unschuldig. Okay, lassen Sie mich das umformulieren. Wenn ich eines Verbrechens schuldig bin, dann des Verbrechens der Liebe. Ich habe das alles für Goal getan. Wo ist sie überhaupt? Ist sie etwa zu sich gekommen? Nein, aber ich brauchte Platz in der Zelle. Sie ist jetzt bei Herrn Wenzel. Was? Diese undankbare Kröte. Das ist unfair. Ich habe die Illusianerin gefunden. Ich allein. Wer hat die Illusianerin gefunden? Äh, Wenzel hat die Illusianerin gefunden. Wenzel, ganz allein. Wer sind Sie denn? Mein Name ist Argus. Amtmann Argus. Organon Hauptverwaltung. Oh, die Obrigkeit meiner Praxis. Und ich habe mir die Zähne nicht geputzt. Was kann ich für Sie tun, Amtmann? Ich hörte, Sie haben eine Illusianerin in Verwahrung. Das, äh, ist eine Kommunalangelegenheit. Ach ja, interessant. Und wenn ein Organon-Suchtrupp das Dorf in Schutt und Asche legen würde, wäre das dann auch eine Kommunalangelegenheit? Lassen Sie sich nicht einschüchtern, Gizmo. Das Mädchen ist bei Herrn Wenzel. Gizmo? Nein! Sie finden sein Haus unter dem Wassertank, gleich neben dem Stadttor. Danke, Inspektor. Sie haben Ihrer Kommune gerade viel Leid erspart. Jetzt gibt es Stunk in der Hütte. Ja, aber ordentlich. Ja, das haben Sie richtig gut gemacht. Schnauze! Oh, wir. Tja. Oh, wir haben keinen Dietrich mehr. Tja. Diese Sachen können wir wohl nicht mehr aufheben, oder? Scheint so, ja. Kein Gitter der Welt kann mich aufhalten. Da, es hat sich bewegt, als ihr geblinzelt habt. Schau mal da hinten an der Wand, ist da ein Fluchtplaner? Ach, ich kann halt leider, ich kann da nicht hin und her gehen, ist das Dore. Vielleicht, äh, mal die Katze irgendwie losschicken. Ich will die Katze. Ich will die. Ich will. Ja, war das denn mit dem Schweißbrennergerät da? Ja.